Aber zunächst, bevor wir jetzt richtig offiziell loslegen, es gab ein bisschen Klärungsbedarf, was Twitter angeht. Eine Plattform, die mir nicht gefällt in letzter Zeit, vor allem in welchen Weg Xa geht. Ich habe Just for Fun vor Donnerstagabend einen Tweet veröffentlicht, den die Leute komplett falsch verstanden haben und komplett missinterpretiert haben. Manche Leute haben aus dem Tweet gelesen, Joe geht es scheiße und braucht Motivation, er braucht dringend jemanden, der in den Kopf streichelt und er ist so. Manche haben aus dem Tweet gelesen, Joe ist ein geldgeiles Arschloch, das sich einen Scheiß um Livestream interessiert. Und fast keiner hat von euch die Aussage wirklich richtig verstanden, die ich da mitgegeben habe. Ich kann euch das Problem mal ganz kurz erklären. In einem Jahr endet mein Studium, da bin ich durch, dann habe ich einen Master of Education. Und dann habe ich drei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit A, ich werde Lehrer. Ich gehe ins Referendariat, gehe an eine Schule und bin Lehrer. Super, tolle Sache. Das Schöne ist, wenn ich mich dafür entscheide, Lehrer zu werden, habe ich etwas, das nennt sich Verbeamtung. Das heißt, ich bekomme die Verbeamtung. Beziehungsweise, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, Lehrer zu werden und bekomme eine Verbeamtung. Verbeamtung bedeutet, dass ich bis an mein Lebensende nicht kündbar bin. Dass ich bis an mein Lebensende ein gutes Gehalt verdienen werde. Dass ich eine Rente haben werde. Dass ich krankenversichert bin. Allen pipapo. Das sind alles Themen, die euch noch gar nicht interessieren. Aber ihr werdet eines Tages in eurem Leben feststellen, oh scheiße, diese Sachen interessieren mich doch. Verbeamtung ist das Beste, was passieren könnte. Denn mit Verbeamtung bin ich mein Leben abgesichert. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Mein Leben ist safe. Ich werde immer das gleiche Geld verdienen, selbst wenn eine Krise ist, selbst wenn der Staat den Hops geht, selbst wenn es Inflation gibt. Lehrer ist eine unglaublich sichere Sache. Ich habe diese Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, ich sage, ich werde nicht Lehrer und ich werde hier Influencer. Das Problem an der ganzen Scheiße ist, es ist ein Ultimatum. Wenn ich mich nicht dazu entscheide, Lehrer zu werden, ich kann zwar in Zukunft, in 20, 30 Jahren ja natürlich auch wieder Lehrer werden, aber ich kriege eine Verbeamtung. Eine Verbeamtung kriegst du nur dann, wenn du sofort Lehrer wirst. Verbeamtet werden Leute, die auch wirklich lange Lehrer werden wollen. Das heißt, ich habe die Wahl zwischen verbeamtetem Lehrer oder Influencer. Verbeamteter Lehrer bedeutet absolut safer Job, das sicherste, was es gibt. Ich habe keinen Stress, kein gar nichts. Das Problem ist, wenn ich verbeamteter Lehrer bin und Vollzeit arbeite, habe ich gar keine Zeit mehr für das, was ich hier auf Twitch und YouTube mache. Das heißt, keine Livestreams und vielleicht einmal noch die Woche ein YouTube-Video. Die Alternative ist, ich werde Influencer. Und ich mache das alles hauptberuflich. Und das Problem ist, was viele von euch nicht wissen, und ich habe an den Reaktionen von euch auf Twitter gemerkt, dass sehr, sehr viele von euch, nicht ihr, die jetzt gerade zugehen, ich denke, ihr seid sehr schlau, aber ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele kleine Kinder im Internet sind, die in Dummheit in Worte nicht fastenbar sind. Also es lässt sich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, die Menschheit ist hoffnungslos verloren. Das Problem ist, ich weiß nicht, welchen Irrglauben ihr anheimgefallen seid. Ein Livestream, ihr Zuschauer, könnt jederzeit reinschalten. Da ist ein Livestream auf Twitch, ich klicke den an und ich bin drin und ich habe keinen Bock mehr, ich gehe raus aus dem Livestream. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Damit das möglich ist, muss ja der Livestreamer immer und immer und immer da sein. Er muss auch dann da sein, wenn ihr nicht da seid. Es ist ja nicht so, dass ich, sobald ihr aufhört, meinen Stream zu gucken, dass ich hier Feierabend mache, nach oben gehe und das war's, schön ist gut. Nein, ich mache ja weiter. Für den Fall, dass ihr nochmal reinschaltet. Das heißt, ich muss jeden Tag da sein. Das bedeutet, ich muss jeden Tag hier vor Ort sein. Und wenn ich jeden Tag hier vor Ort sein muss und möchte, dann ist jetzt die große Frage, angenommen, ich habe mal später Frau und Kind, wie soll ich die ernähren? Also, ich kann ja auch nicht sagen, oh Papa, Papa ist der größte Influencer der ganzen Welt. Alle kennen ihn auf Twitch. Das ist ja schön und nett. Mein Kind wird sich nicht so darüber freuen, wenn ich dem Kind sage, du Schatz, Weihnachtsgeschenke gibt es heute nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Und by the way, Essen, naja, musst du dir jetzt von der Tafel organisieren. Also, ich kann es mir nicht leisten. Also, logischerweise, ich weiß nicht, welchem Irrglauben ihr eingefallen seid. Es gibt diejenigen, die Just for Fun streamen, was ja absolut okay ist, was ich auch machen kann. Aber wenn ich Lehrer bin, kann ich das vielleicht Samstagabends. Und wenn ich eine Familie habe, schon gar nicht. Das heißt, wenn ich Lehrer bin und eine Familie habe, dann geht die Familie vor und der Job geht vor. Was bedeutet, ich werde eigentlich so gut wie gar nicht mehr Just for Fun streamen. Oder ich streame auf Business. Das heißt, ich streame mit der Intention, hiermit auch leben zu können. Mit diesem Ding. Und das Ding ist quasi, wenn du live streamst, 6 Stunden und du verdienst in diesen 6 Stunden 3 Euro. Und du könntest in der gleichen Zeit auch was anderes machen. Ich könnte in der gleichen Zeit hier zum örtlichen Supermarkt gehen und an der Kasse arbeiten. Und ich würde wahrscheinlich das 10-fache verdienen. Was ist da der Stundenlohn gerade? Ich weiß es gerade nicht. Ihr versteht mein Problem, oder? Ich denke, ihr seid schlau genug, mein Problem zu verstehen. Also, alle diejenigen, die jetzt mein Problem verstehen, wissen, vor welcher Wahl ich bin. Und diese Wahl werde ich treffen, wenn mein Master zu Ende ist. Meine Einnahmen reichen natürlich gerade aus. Aber, weil das Rechenbeispiel auf Twitter war scheiße, weil mein Stundenlohn ist nicht 3 Euro. Mein Stundenlohn wird weit über 3 Euro sein. Achso, ich habe mal meinen Stundenlohn ausgerechnet. Wie viel streame ich am Tag? Ich kann euch jetzt mal meinen echten Stundenlohn ausrechnen. Mein Real, also quasi Promise. Ich rechne euch jetzt mal meinen wirklichen, echten Stundenlohn aus. Im Durchschnitt. Lass mal 4 Stunden sagen, Kai, weil ich ja nicht jeden Tag live bin. Sagen wir mal, ich streame safe im Durchschnitt 4 Stunden pro Tag. So, was habe ich letzten Monat von Twitch überwiesen bekommen? Ich lege jetzt die Karten auf den Tisch für euch. Visa Pay Limited von Twitch. 2.400 Euro. Abzüglich steuern. Lass uns mal 1.800 Euro sagen. 1.800 geteilt durch. Wir haben 4 Stunden, die ich täglich streame, mal 30, also 120 Stunden. 1.800 geteilt durch 120. Das sind 15 Euro pro Stunde. Wenn ich in meiner Kirche Orgel spiele, bekomme ich pro Stunde 26 Euro. Versteht ihr das Problem? Merkt ihr es? Das heißt, ich könnte jetzt in der Livestream-Zeit, ich könnte jetzt gerade in diesem Moment zum Beispiel Gottesdienste spielen bei uns in der Gemeinde. Und ich würde fast das Doppelte verdienen. Und trotzdem sitze ich hier. Also, ich streame natürlich, weil es mir Spaß macht. Und ich fand es krass, dass einige auf Twitter behaupten, Joe, der streamt nur, weil er Geld haben möchte. Und nicht, weil es ihm Spaß macht. Wenn es mir um Geld geht, dann würde ich den hier machen. Tschüss. Aber, da es mir Spaß macht, mache ich den hier. Hi. Get it? So, das ist das Problem. Also, mir macht das unglaublich viel Spaß. Aber, ich komme an einen Punkt in meinem Leben, in einem Jahr ist es soweit, da muss ich eine Entscheidung treffen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Freie Wirtschaft. Mit was auch immer. Beamteter Lehrer. Und das Problem ist, es ist ein Ultimatum. Ich kann mich nur zwischen diesen beiden Sachen entscheiden. Und wenn ich mich für eine Sache entscheide, fällt das andere weg. Wenn ich in die freie Wirtschaft gehe, kann ich später natürlich ins Lehramt Business wieder einsteigen, aber ich werde nie verbeamtet werden. Wenn ich in die Wirtschaft einsteige, also kann ich nicht verbeamtet werden. Andersherum, wenn ich mich verbeamten lasse, kann ich meine Karriere als Influencer nicht mehr fortsetzen. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Und weil ich nicht weiß, was ich tun soll, ist das Einzige, was ich machen kann, ist ganz neutral, ganz objektiv zu sagen, was lohnt sich mehr für mich, unterm Strich. Und in dem Fall ist es Lehrer. Andererseits tut mir das im Herzen weh, weil das, was ich hier gerne mache, also das, was ich hier mache, mache ich gerne und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ihr habt ja auch Spaß dran. Wir sind eine tolle Community. Wir sind gemeinsam füreinander da. Und aufgeben möchte ich das nicht, aber ich habe die Wahl nicht. Ich kann das nicht. Das ist quasi, ich kann das natürlich so lange machen, bis irgendwann alles zusammenbricht und dann liege ich auf der Straße. Und dann, was dann? Dann muss ich bei euch betteln, dass ihr mich am Leben haltet. Dann werde ich ankommen müssen mit Leuten, ich habe jetzt Patreon, ihr müsst mir jetzt quasi helfen, ansonsten werde ich nicht über die Runden kommen. Und wenn ich diesen Punkt erreicht habe, glaubt ihr, dass ich dann noch freien Content machen kann? Also, es ist kein Depri-Talk, aber das ist die kalte Wahrheit. Deshalb, hört auf, in diesem Märchen-Kuckucksheim zu leben und seht zu, dass ihr eine Ausbildung macht, einen Job macht. Seht zu, dass ihr einen Master macht und studiert oder was auch immer. Jetzt gerade ist vielleicht für einige von euch euer Leben YOLO. Scheiß drauf, macht Spaß, alles läuft. Aber wenn ihr so denkt, dann werdet ihr irgendwann verkacken. Aber auf höchstem Niveau. Und all die Leute, die sich darüber lustig machen, bitte, macht euch drüber lustig. Ist mir doch scheißegal. Also, euer Leben ist mir doch völlig egal. Ich kann euch nur einen Tipp geben, einen Ratschlag geben. Einen sehr, sehr weisen Ratschlag. Ob ihn befolgt, ist am Ende eure Entscheidung. So. Gut. Das ist alles dazu. Deshalb habe ich diesen Twitter-Post geschrieben. Denn, genau, ja genau, und jetzt müsst ihr doch vorstellen, by the way, genau. Ach so, warum ich den Twitter-Post noch formuliert habe. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt es richtig verkackt. Boah, wie soll ich das jetzt in ganz einfache Worte fassen? Angenommen. Oh, da gibt es ein Lied von Schubert zu, der Leiermann. Angenommen, ihr seid Straßenmusiker. Und ihr spielt und ihr rackert euch einen ab. Und in eurem Korb liegen 5, 6 Euro am Ende des Tages. Und auf der anderen Straßenseite, da steht ein anderer Straßenmusiker. Der spielt genau das gleiche Lied wie ihr. Macht genau das gleiche. Und plötzlich kommt da jemand her und sagt ihm so, hier, hast du 2000 Euro. Geil. Ich liebe deine Musik. Komm mit zum Plattenlabel. Ich mache dich zum erfolgreichsten Star aller Zeiten. Wie würdet ihr euch als Straßenmusiker an dieser Stelle fühlen? Hättet ihr noch Bock, weiterzuspielen? Und soll ich euch die Antwort sagen? Die Antwort, die Schubert uns gegeben hat. Ja, ich würde noch weiterspielen. Denn ich spiele vor Passion weiter. Ich spiele weiter, weil es mir wichtig ist. Weil es mir Passion ist. Und der Leiermann in der Winterreise von Franz Schubert. Der Text ist hart. Der Text ist richtig hart. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören. Keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen. Alles, was er will. Dreht an seiner Leier. Steht ihm nimmer still. Dreht an seiner Leier. Steht ihm nimmer still. Wunderlich, Alter. Soll ich mit dir gehen? Willst du zu meinen Liedern deine Leier drehen?